Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit etwas echt coolem, ich weiß, ich sag das echt oft, aber es ist wirklich echt cool. Und zwar heute von den Looney Tunes ist das der Minigolf Kaugummi Automat. Schaut euch das mal an. Hier wird Minigolf gespielt und hier in die Löcher. Und dann bekommen wir Kaugummi. Kaugummi ist natürlich auch dabei. Dieses Spielzeug ist aus China. Ja, schöne Grüße dahin, würde ich mal sagen. Von Candy Loft und das ist Bugs Bunny, werdet ihr wahrscheinlich kennen, von den Looney Tunes. Und das ist echt ein Minigolf Kaugummi Automat, Leute. Hier verstehe ich nicht wirklich viel, außer, dass hier Kaugummis reinkommen. Okay, da rein. Dann wird Minigolf gespielt und dann müssen wir das Loch treffen, Leute. Sehr, sehr spannend. Machen wir doch direkt mal auf. Vielleicht gehen da dann auch andere Kaugummis, bestimmt von der gleichen Größe rein. Okay. Wie läuft das denn? Wollen wir mal gucken. Ah, oh. Oh. Habe ich das schon kaputt gemacht? Nein! Nein, 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 das kann gar nicht sein. Nee, irgendwas anderes. Irgendein Mechanismus wird hier freigeschaltet. Nein! Müssen wir mal schauen. So, hier, wenn ich das richtig gelesen habe, wir gehen vielleicht mal nach unten. Ja, ich muss doch hier eigentlich loslassen. Aber irgendwie, nö, der will schon nicht. Hier kommen normalerweise die Kaugummis raus. Gut. Und ich glaube, hier kommen die Dinger rein. Ich bin mir aber nicht ganz... Ja, hier kommen die Kaugummis rein. Das war mal der absolute Fail, wenn ich das jetzt hier geschrottet habe direkt. Das kann doch nicht sein. Ich habe einfach nur hier hingemacht. Das... Hahaha! Mann! Jetzt kriege ich die Kaugummis auch nicht auf. Unfassbar! Jetzt aber. So, wir sehen hier die Kaugummis. Und dann kommen die, glaube ich, hier rein. So, und dann... Müssen die eigentlich hier durch, aber... Ich verstehe nicht. Dem ging der Golfschläger? Das ist unfassbar! Leute, ich würde mal sagen, das ist heute bei mir der absolute Fail. Ich habe das Ding geschrottet. Das Ding hat funktioniert und ich habe einfach, glaube ich, zu hart Golf gespielt. Nicht Mini-Golf, ich habe Golf gespielt. Deswegen geht der hier nicht mehr. Normalerweise, das haben wir auch gemacht, Pull Out for Play. Aber der möchte jetzt irgendwie nicht mehr. Es klemmt irgendwo. Und das Ding jetzt aufzumachen, das lohnt sich auf keinen Fall. Sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Und es macht eigentlich auch viel Spaß, weil wir haben eben gesehen, wie der hier Golf gespielt hat. Aber das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Schade. Wir können trotzdem mal probieren, wie die Kaugummis hier schmecken. Hm. Sind das denn Kaugummis? Ach. Das sind... Nein, das sind Bonbons. Hm. Das sind keine Kaugummis. Okay, jetzt verstehe ich. Leute, ein Mini-Golf-Kaugummi-Automat, den ich natürlich karngeschrottet habe. Selbstverständlich von mir ist nicht sicher, aber ich habe es nicht verstanden. Die kommen normalerweise hier raus. Und dann wird hier Golf gespielt und dann fallen die hier durch. Und dann hier durch. Das tut mir natürlich leid, dass ich das nicht zahlen konnte. Mann, ein absoluter Fail heute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Vielleicht trotzdem Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Sehr, sehr lustiges Spielzeug. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.